Ich stelle fest, dass je länger, je mehr Menschen Mühe haben, um Entscheidungen zu treffen. Doch fangen wir ganz von vorne an. Was heisst überhaupt «Entscheidung»? «Entscheidung» kommt vom Wort «Guide» an und heisst so viel wie aus der «Scheide ziehen» oder «Trennen». Und das setzt ja schon mal voraus, dass wir mindestens zwei, wenn nicht mehrere Optionen zur Verfügung haben, damit wir uns für etwas entscheiden können. Und da liegt der Punkt. Das macht es für die meisten so schwer. Sie haben permanent Angst, Sie könnten sich für die falsche Option entscheiden. Und dabei wäre es dermassen wichtig, einfach einmal einen Entscheid zu treffen, ohne eine Garantie auf Erfolg, und den Entscheid noch eine gnadenlose Tue zu ziehen, bis er sich als falsch herausstellt. Für mich, so ein bisschen sinnbildlich, im Sinne von Entscheidungen zu treffen, im Sinne von Entschlusskraft auch, war der Hernando Cortes. Der Hernando Cortes hat im 15. Jahrhundert gelebt und war ein Seefahrer. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, die Goldjets von Mexiko einzunehmen. Also ist er mit seinen rund 700 Mann von Kuba Richtung Mexiko übergeschifft. Und als er angelegt hat, ist er eine gigantische Heer gegenübergestanden. Und was hat er gemacht? Um seinen Mann und bei sich selber die Schlusskraft zu stärken, damit sie jetzt wirklich ihr Ziel erreicht, hat er seine eigenen Schiffe verbrennen lassen. Wer nicht entscheidet, bewegt nichts. Und wer entscheidet, macht auch Fehler. Doch wie man mit diesen Fehlern umgeht, ist ein ganz anderes Thema. Und über das werde ich bestimmt mal noch ein separates Video treffen. Das ist ein ganz anderes Thema. Und wie man das hier passiert. Und wenn man sie nicht überrascht, ist das hier passiert. Und auf der Seite, Vielen Dank.